Die Täter Die Täter Gewöhn dich dran Sobald du draußen bist, werden sie dich jagen Aber Besser als hier unten zu sitzen Wo du nicht existierst Koffer Entlassen James ist am Turm Aber sie wird Hilfe brauchen Ich hab eine Lücke im Sicherheitsnetz arrangiert Da ist keiner zwischen hier Und Dock 3L Du hast 10 Minuten Birst du erwischt Ist das dein Problem? Los, worauf wartest du? Der GFC ist bis zum Freiwerden einer Andockstation In der GDI-Zentrale In dieser Supermax-Anlage Unter Verschluss Unser Zeitfenster ist also begrenzt Agent Duquette Und ein paar loyale GDI-Infanteristen Erwarten unsere Befehle Sie werden einen Uplinkturm besetzen Damit wir einen Crawler stationieren können Heben sie dann eine Armee aus Und deaktivieren sie die Traktorstrahlen Der Supermax-Anlage Wir müssen schnell sein, Commander Die Zeit wird knapp Heid, was ich sagen wollte Willkommen zu einer neuen Folge Commander Conker Teil 4 Wir legen los Abriegelung Es wird nicht lange dauern Bis jemand merkt, dass sie weg sind Sie brauchen Unterstützung Und sie brauchen sie sofort Hier sei die Nummer 2 Und hier sei die Nummer 1 Oh, wir müssen uns beeilen Oder was Jetzt macht ihr noch fertig Würdet ihr den mal umhauen? Dankeschön Können wir das vielleicht Ein bisschen schneller machen? Wir haben es auch nicht abgesehen Das kriege ich jetzt Oh nein Ah, super Ich tue mein Bestes Lang lebe die TDI Haben wir sie erwischt? Da! Angriff Ah, das sind so viele Ah, toll Wieso sind das so viele? Ich hab's erwischt Sekunde, ich hab's gleich Die kriegen wir Ich kann nicht schneller schießen Lang lebe die TDI Ah, komm schon Ich geh da sofort hin Wir werden wissen Oder was? Die machen uns hier gerade klasse So, das schaffen wir nicht Einmal Neustart Ich hatte ja nicht mit so heftiger Gegenwehr gerechnet Ich hab gedacht Hm, so am Anfang War ein paar Einheiten Die kriegst du vorhin Und so Es wird nicht lange dauern Bis jemand merkt, dass sie weg sind Sie brauchen Unterstützung Und sie brauchen sie sofort So, du gehst hier vorne hin Ihr seid hier Nummer 2 Ihr seid hier Nummer 1 Das sind zu viele Ja Komm schon, halt ihn Nein, er ist durch Ah, nicht meine Ingenieure So, mach den fertig, ja Dann fasse Ziel Fahren wir los Die kriegen wir Wann lebe die TDI Komm schon Ich regle das Klar, das krieg ich hin Kannst du mal mitcampen? Ich hab's erwischt Start Wir halten uns nicht auf Das krieg ich schon wieder hin Oh, komm Macht sie fertig, ja Ich kann nicht mehr da schiefen Sieht nicht sehr schwierig aus Man sieht endlich auf Ich bin zu nah dran Oh, mein Gänzer Und schon Ich schaff das Ich bin hier auch alle mit Juhu Die GDI hat den GST mit Traktorstrahlen festgesetzt Wenn sie die Energieversorgung kappen, können sie fliehen Ja Neues Einsatzziel erhalten Neues Einsatzziel erhalten Ich mach das Hol dir das Dingie mal Die können wir nicht anreiten Das ist das Traktorstrahl-Generator Ich bin dabei Ich bin dabei Von mir aus kann's losgehen Nein, ihr haltet am besten hier hinten die Stellung oder was Macht die Leute dann einfach fertig Ich bin dabei Ich bin dabei Wer ist da auch kein Crown Daumen oder so Weil, wir wollen Du hast die ganz von mir auf keinen Gehen wir Ja Ja Mach die Tür mir platte So, mach die Tür mir platte Ich übernehme die Führung Wenn sie auf Empfang Ich übernehme die Führung Ich übernehme die Führung Sollen wir da einen reinschicken, oder was? Achso. Alright. Ohje, hinten. Ja, ich wollte sagen, kommt mal nach hier hin. Ich wette, ich bin schneller. Ja, wenn bereit. Ich denke, er kommt wieder mit. Ja, hol dir mal die Crystalli. Oh, jetzt mal das Junge. Ich denke, er kennt den Weg. Was sagst du denn hier? Raketen wir einfach. Jo. Auf in die Schlacht. Du kommst auch mit. So, dann haben wir nämlich schon eine Einheit mehr. Wir müssen uns hier weiter durchkämpfen. Spaß am Fahren. Sagen Sie, wenn Sie bereit sind, kann es losgehen. Boah, da schnappt ihr die Crystalli. Okay, Raketenstörber abgibt alles von dir. Feindliche Einheiten gesichtet. Jawohl. Ja. Ach, da müssen wir auch noch hin, oder was? Ja, da können wir besser einfach in der Runde lagschreiben. Was haben wir denn hier noch Schönes? So klingt, gleicher Wegballer. Feindliche Einheiten gesichtet. Wacken, ob die auch noch mit, oder was? Oh. Oh. Wir wollen wohl. Seht sich da irgendwann aus? Sondern das fern. Mit dir. Seht ihr das? Wenn nicht mein Kaffeein sagt. So klingt, wenn ich die Weckmaler. Aufpassen, ich kann nicht schneller schießen. Wir brauchen mehr, wenn man das. Große Kanone, großer Knall. Verkacken. Seht sich da irgendwas aus? Nein. Hat jemand nach mir gerufen? Ja. Ah. Die Räder und eine Kanone. Spaß am Fahren. Wir sollten uns vorstellen. Oh, du schönen Ingenieure. Die Weine. Ich wette, ich bin schneller. Einige Einheiten gesichtet. Ich war schnell bei Ihnen vorbei. Eine Einheit wird angeguckt. Sicherlich kleiner. Aufpassen. Sekunde, kampfleicht. Auf in den Kampf. Seid ihr denn besser im Hain oder was? Fahrzeuge die Fahrbereitschaft zerstören. Achso. Sonne weg. Ok! Dann stelle ich weg. Dann stelle ich auf. Auf Wartige Geschirrse sind cool, eh? Was ist doch ein Nachschlag? Seid ich da. Naam. Das ist doch Not! Zurück. Dann stelle ich auf. Komm mal wieder zurück. Warum kann ich die eigentlich nicht platzieren, eh? kannst du dich ja ausklappen dann mach mal hier sind die Nummer 2 holt ihr die holt ihr auch die Kiste schnappt ihr das, das, das? hier kommt die vorne hin holt sie die Kiste hier holt ihr das Ding gut, alles klar Waffen aktivieren ziehen wir es durch ich bin euer schlimmster Altraum ziehen wir es durch sie werden nicht knacken bonusziel erreicht das ist die Wellenreisen da will ich mal eben kurz speichern, Leute noch ist hier alles im Lootier Schallkanone bereit machen ich darf nicht gesehen werden sehen sie schon was? ok ein Teil für uns ich tu mein Bestes ein paar Kräfer reißen mich nicht auf wir sehen uns immer schön langsam wir sehen uns ok ich bin unterwegs er steht nicht mehr auf geht's schon los? ja, es geht nur los feindliche Einheiten gesichtet Schockwave einsatzbereit ich bin euer schlimmster Altraum ist gut endlich mal rausgebracht nicht anders schnapp dir die Kiste wenns geht schnappst du die Kiste her schnappst du die Kiste her ja, bleib mal hier ja, bleib mal hier ein paar Kräfer reißen mich nicht auf ich hab Zeit schalte auf Autofloot wo bist du denn hin? eine Einheit ist angegelt ja was sollen wir abreißen? ich hab gefeindliche Einheiten gesichtet ja ich hab hier umschossen keine Eile Schockwave einsatzbereit das sind hier fettig ich hab nicht gesehen ich hab nicht gesehen gleichherrecht noch mal den hier fertig hier kommt es nochmal hier kommt es mit Oh, hier haben wir Spaß. Könnt ihr da nicht mal hinlachen? Achso, da ist noch ein Chor. Komm, wenn die gerade hier mal ein bisschen Unterstützung haben. Oh. Komm, hör die in die Kiste. Ah. Oh, tja. Ah. Dann nehme ich die Kiste. Das war auch egal. Du könntest hier die Kiste holen. Was dauert meine Sekunde. Waffen aktivieren. Er reichert einen Quarlerkanzler. Alles cool. Was sollen wir abreißen? Schaltkanone bereit machen. Ach verdammt. Geht's schon los? Ja, wird schon drauf. Fangen wir in den Bunker nach. Wo willst du hin, Kollege? Ach so, da wurde einfach alles von unten plattgematscht. Ja, kann man auch hören. Nur eine Frage der Zeit. Ein notwendiger Schritt. Der Quarler wird angeschritten. Ich tu mein Bessel. Kann man auch hören. Nur eine Frage der Zeit. Ja, ist ja sehr schön, dass einfach alle von uns vernichtet wurden. Ich kann nicht schneller schießen. Kommt noch jemand mit? Das kriege ich hin. Ich bin dabei. Sieht nicht sehr schwierig aus. Okay, sind unterwegs. Sie sterben wie die Fliegen. Ich bin dabei. Wie gemein, Alter. Kommt wieder näher. Ihr Wolf, gehen wir. Aufpassen. Ah, wo geht die Kissen hier? Ja. 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 Schieß mal auf den hier. Schieß mal auf den hier. Er repariert ihn hier vorne. Ach, den kommt. Ja. Ja. Du hast Zeit zum Einschießen. Ich bin aus der erste. Wo ist der Weg? Alles klar. Alle weg da. Jawoll! Alles klar! Na, ist die Verwendung von so vielen guten Leuten. Komm schon du schmeich. Meinst? Da ist noch so ein Versteckungsdinger. Damit können die wohl keine Verstärkung mehr rufen, oder? Ab wer geht denn hier angegriffen, oder? Kannst du da mal weggehen? Dankeschön. Der kostet 6 Punkte. Kommt da weg, ja. Eine Einheit wird angegriffen. Jaaaa. Jetzt haben wir den Ingenieuren hier gezogen. Was ist mit dir? Mach irgendwas. Dankeschön. So, hol dir die Kiste hier. Ja gut, komm mal hier rüber. Jaaaa. Ein trächtiger Tag für einen Angriff, Sir. Hat jemand nach mir gelogen? Jaaaa. Wir werden segen. So war schon mal reingepackt? Mach das Ding hier platt, ja. Da tüttet ihn. Dankeschön. Jaaaa. Jaaaa. Da geht vorne hin. Jaaaa. Da geht vorne hin. Wir machen hier kurz die neue Platte. Jaaaa. 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 Und jetzt ist das Gefühl? Wir kriegen dein Paraquette. Wir müssen los, Sir. Dann kriege ich schon wieder hin. Ich geh jetzt rein. Oh. Haben das Gebäude erobert. Einsatzziel erreicht. Hallo Commander. Oh, was nun? War es das schon? Abzieht in einem Panzer von uns? Okay. Der GST ist frei. Und jetzt zu diesem Turm, bevor es zu spät ist. Jaaaa. Wir haben gewonnen. Wuhu. War ja auch ein bisschen kürzer als gedacht, die Mission. Naja. Dann lieber so. Aber voll gemein, dass der eine Qualler die ganze Army platt gemacht hat. Hey. Wir sind jetzt Level 9. Juppi, Juppi. Jo, Leute. Die Folge ist aber damit auch vorbei. Was hat denn? Conductor. Hm? Szenische Ausbildung. Sprengsatz-Kids. Aha. Waffendämpfer. Okay. Jo. Ich bedanke mich ja mal ganz herzlich fürs Leiden fürs Abonnieren-Kommittieren. Ich freue mich, dass ihr hiermit auf Stort seid. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanal. Ihr unterstützt den Bieter. Sascha ist ein H2 UNO-Sohn und Nanberry. Ihr habt euch wohl. und bis heute.